Ich habe da nicht live drauf gehauen, weil ich heute so viel verloren habe, aber guckt euch das mal an, 350 Spiele auf Ghost Slider und der ist schon kurz vor Pausieren, der macht jetzt hier Autoschnellstart, hat gerade nochmal mit 30 Spielen verlängert, ich hoffe der geht gleich mal irgendwie in die Pause oder so, das ist so krank man, auf 30 Cent, ich habe so viel verkackt, da habe ich gespielt, hat er nur gefressen, ich hoffe der haut nochmal was raus jetzt, echt krank, ich hatte noch nie 350 Spiele ey, man muss das richtige spielen und den richtigen Einsatz, wenn ich ja was schnitt, aber guck mal, ich kann jetzt nichts mehr machen, man, 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 ey, push das so durch, das kotzt mich irgendwie an ey, hör doch auf damit Alter, geh doch mal einfach in die Pause oder so, was macht er jetzt, falls er verlängert, wäre das trotz Schnellstart noch solide, ja, das nervt mich mit dem Schnellstart, gerade, aber mega krass man, oh man, ich weiß auch, wisst du auch nicht, wie ich das unterbrechen kann, irgendwie, ich überleg gerade, ob ich auf Auszahlung drücke, vielleicht macht er das dann, 37 Minuten Collect Pause, Alter, das ist, das ist, irgendwie traurig mit an zu sein, was mache ich jetzt, dann kriegt man dann schon so viele Spiele ey, Alter, schon länger hast du wenigstens nochmal, komm, jawohl, also 10 Spiele, okay, warum geht der denn nicht in die Pause, ich verstehe das nicht, ey, das sind 360 Spiele, das ist so krank, man sich namedekk, ey, das ist so krank, nein, leider supplied mein paar Kaspe, sagt, jetzt mal du siehst, das ist richtig, ich glaube, nicht, genau, nein, leider, ja, leider, oder, weil ich macht der Ex гест plutôten cheaperon ab, meine thaiegaht, oder wie, ich habe noch ein kleines Graphot deinem Wenn ich jetzt auf Auszeigen gehe, ob der das macht. Hey, come on, das ist doch scheiße das so durchzudrücken. Meine Fresse, man. Echt. Es macht doch Spaß zuzugucken, wenn man so viel Spiele hat. Ich will nicht, was das soll, man. Das war länger normal, wenigstens. Das ist echt solide, was der hier die ganze Zeit macht. Komm, oh nein. Nein, was für ein Scheiß. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin immer noch nicht die ganze Zeit. Ich habe noch eine Zeit, der Schöne hat sich schon wieder zu tun. Ich bin wirklich schnell auf und nicht so. Ich bin echt noch, ich bin noch nicht so. Ich bin unbedingt schon wieder auf den Schönehts und Der Schönehts. Und das ist mein Schönehts. Ich bin immer weiter, der Geist-Glähts hat dich erstellt. Ach, ich bin ja zum Glück. Ich bin ja zum Glück, dir ich bin schon wieder ein Gericht. Komm, einer von dem anderen noch! Jawoll, ich dachte mir, komm, komm! Ja, man, 20 Spiele, was geht? Yo, 30 Spiele, 390, 400 Spiele, scheiße, 400 Spiele, das ist so krank, das ist echt krank, 400 Spiele, das ist so übel, Mann! Ich hatte vorhin auf einer Novoline Kiste 2 Eurofach Freispiele, 2 Eurofach, und er hat einen Scheißdreck gezahlt, ey! Nun, ich weiß, und auf 30 Cent kriege ich hier fast ein Tausender gleich zusammen, unfassbar! Ah, Mann, ey, hier, das ist ein Hundertpfiffi, Alter, wenn er die Reihe gemacht hätte, Mann! Meine Güte, Mann! Das nervt echt mit diesem... Alter, nur volle Dinge, Mann! Jetzt haben wir noch was richtig Dinges noch mal mit drin! Hm, verliere Ruhe! Oh, verliere Ruhe! Oh, verliere Ruhe! Oh, verliere Ruhe! Oh, verliere Ruhe! Jawoll! Zumindest nochmal 10 Nachschwitz, 410 Spiele, ey! Das ist unfassbar! Das ist echt krank! Das ist echt krank! Der muss dasätig sein, wenn du das jetzt rauskommst und ... Was hat mir gemacht, dass da eher nicht zu Hause sein? Du gebst das Luft in die Luft für mich herrsinn Und das habe ich mir so schraubt! Das hat es mir so lang. Und das ist mir so krank! Ich bin so krank! Ich bin so krank! Es ist so hier vorne blockiert, da habe ich mir schon fast gedacht. Es ist echt scheiße mit der Schnellstadt, das nervt mich. Krass, krass. Vielleicht hat man auch das Gefühl, weil der so viel Leerlauf hat. Also man sieht den Leerlauf einfach besser, wenn er das so durchdrückt. Aber er macht ja was die ganze Zeit, deswegen kann man noch drüber mal weggucken. Aber irgendwann muss er doch in die Pause abgehen, das verstehe ich gerade nicht. Das ist ungeschissens. Ich muss ihn wieder hier aufkuchen. Komm. Hau raus, man. Hau raus, komm schon. Er hat gut rausgehauen. Was soll ich mir sagen? Ja. Gut. Ich kann echt nichts machen. Das ist so hier. Wenn ich das jetzt nicht abgefilmt hätte, würde mir das glaube ich keiner glauben, dass ich 410 Spiele auf dem Kran gekriegt habe. Echt, das glaubt mir auch niemand, schmeißt hier 100 Spiele nach, komm schon, naja, jawoll, stabil, das geht ab, ist ja krass, die krasse Scheiss man, 420 Spiele man, hier fressen, noch nie gesehen, noch nie gehabt, ehrlich. Krass, echt krass. Krass 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht krass Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will nicht meckern Passt schon Verlängerung Scheiße Noch echt spielnah Überall jetzt, üblich so Macht er, haut er dann auch nicht von irgendwo im Hof oder passt das jetzt? Krass Scheiße Ich denke mal das Monster noch Wäre natürlich schön, wenn er jetzt mal was neu schreit Was ist der letzte Driller jetzt? Kommt da was? Nee, schade Das waren 420 Spiele, alter Krank Krank Echt krank Neunhundert 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 Ja Was? Und Achtzig Ja 80 und 13 hat der Quitsch, der krank versteht das nicht, warum er das